Faulk, das hier ist nicht der Balkan. Wir sind ein ordentliches Land. Einmal Schlecht auf Sarajevo. Immer. Was? Im Grabnamjast. Sie sind wegen Ihrem Aufenthaltstitel hier? Ist sie fertig? Nein. Komm, ich habe dich angeboten. Dann muss man sich mal sehen. Wie? Ich soll unterschreiben, dass deine Texte über den Blitzwitzer See und über den bosnischen Topf hohe Literatur sind und von öffentlichem Interesse für die Republik Österreich. Weißt du was? Sie sind einen Dreck wert für die Republik Österreich. Sie sind ein Dreck. Sie sind ein Dreck. Sie sind auch mit Zombies. Vampire. Du bist. Du bist so auf die Blitzwitzel. Wenn ihr nicht Premieren wird, ich ausmacht werde ich aus Australien aus. Das ist ein großer Überleg für Australien. Sie sind die Hübschen, eine Selbstwerfte Gäste. Was ist das im Finanzamt? Sie sind die Hemeroin? Das ist das Hemeroin? Was ist das? O, tekst, ne lege krate, što ga više skrate, manje sposlije krivi. Ja sam pisac. Ma, što se mene tiče, moga ti di šofer autobusa, mir nije svejedno, sam da si čovjek, ma pis ništa, baš ništa. Ja želim, da se ova premijera konačno odigra.